Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen die grundlegenden Funktionen und den Aufbau unseres Demo-Präsenters aufzeigen. Insgesamt sind 8 Frogs und ein Display verbaut. Einmal unser Frog-Display. Zweimal der DIM1-3. Einmal der DIM2-2. Einmal der IN5. Einmal der C5. Einmal der Frog Clock. Einmal der E23. Und einmal der R22. Somit befindet sich ein bunter Mix des Frog Blue Produktportfolios in dem Präsenter. Des Weiteren sind 3 LED-Leuchtmittel verbaut. Eine 230 Volt Türklinge. Und ein 12 Volt AC-Türöffner. Abgerundet wird das Ganze durch diverse Status-LEDs, weiteren Tastern, einem Schalterprogramm von Gira und einem Kaltgerätekabel zur Stromversorgung des Präsenters. Dem Präsenter liegen folgende Dokumente bei. Einmal die Seriennummern inklusive der Rücksetzschlüssel. Rückseite mit einer Übersicht des Präsenters, wo die Module verbaut sind. Vor jeder Vorführung sollte geprüft werden, ob der Präsenter mit Strom versorgt ist, der FI, die Sicherung eingeschaltet ist. Zudem sollten folgende Metalltaster gedrückt sein. Tür geschlossen, Fenster geschlossen und Stromversorgung Licht 1 bis 3. Zudem empfiehlt sich vor jeder Präsentation einmal alle Statusmeldungen zu aktivieren und wieder zu deaktivieren. Dazu zählen die Schalter Nacht und Frost sowie die vier Metalltaster. Hier wieder darauf achten, dass die Tür geschlossen und das Fenster geschlossen ist. Der beschriebene Zustand ist wahr, wenn der Taster gedrückt ist. Dies sind Statusmeldungen im System und werden immer im 4-Minuten-Takt aktualisiert oder bei einer Statusveränderung. Wird dies nicht gemacht, kann es sein, dass sich das System anfangs nicht so verhält wie erwartet. Durch Betätigen der Taste Licht 1 schalten Sie die erste Lampe mit einem Soft-On an. Die Lampe dimmt langsam von 0 auf 100% in 3 Sekunden. Gleiches beim Ausschalten. Ein Soft-Off auf 0% in 3 Sekunden. Durch Betätigen der Taste Licht 2 schalten Sie die mittlere Lampe an. Durch erneutes Drücken wird die Lampe 3 Sekunden nach Betätigung ausgeschaltet. Eine Ausschaltverzögerung. Die anderen beiden Tasten, Licht 1 und Licht 2, erledigen exakt die gleiche Funktion nur von einer anderen Stelle. Also eine Wechselschaltung ohne zusätzliche Verkabelung, ohne zentrale Einheit und ohne weitere Steuerkomponenten in der Unterverteilung. Auf allen vier Tasten, Licht 1 und Licht 2, kann durch einen Langklick die jeweilige Lampe gedimmt werden. Mit Hilfe der Tasten, Licht 1 plus 2, können beide Lampen zusammen an- und ausgeschaltet werden. Hier wird nicht mit einem normalen Klickbefehl gearbeitet, sondern mit einem Flankenbefehl. Sobald die Taste gedrückt wird, wird die Nachricht versendet. Bei einem Klick müsste die Taste erst wieder losgelassen werden. So wird eine extrem schnelle Reaktionszeit erreicht, im Vergleich zum Klick. Das System wartet beim Klick im Hintergrund, ob eventuell ein Doppel- oder Dreifachklick ausgeführt wird. Eine weitere Besonderheit des FrogBlue-Systems ist die Mehrfachbelegung von Ein- und Ausgängen. Beispielsweise durch einen Doppel-Klick auf die Taste Licht 1 oder Licht 2, können alle drei Lampen auf 100% Helligkeit geschaltet werden und mit einem Triple-Klick auf 0%, zentral ein, zentral aus. Durch Klicken auf die Taste Licht 3 wird vorerst nicht das Licht 3 geschaltet, erst wenn der Status Nacht aktiviert ist. Hier am Präsenter geschieht dies durch das Umlegen des Schalters Nacht. Genauso könnte dieser Befehl aber auch über eine externe Sensorik erfasst werden, wie zum Beispiel einen Dämmerungssensor. Hier arbeiten wir mit einer klassischen Wenn-Dann-Funktion bzw. prüfen, ob ein Status wahr oder falsch ist, true or false. In unserem Beispiel darf Licht 3 nur geschaltet werden, wenn es Nacht ist. Beim Empfangen der Nachricht wird am Ausgang geprüft, ob der Status Nacht wahr ist. Dann und nur dann darf die Nachricht ausgelöst werden. Ist dieser falsch, also nicht Nacht, darf sie nicht ausgelöst werden. Ähnlich einem Tor, vor dem Ausgang, welches entscheidet, ob die Nachricht ausgeführt werden darf oder nicht. Entweder ist Tor geöffnet und die Nachricht darf den Ausgang schalten, oder es ist verschlossen und der Ausgang reagiert nicht. Im Falle der Nacht wird also die Lampe 3 geschaltet. Hier haben wir eine Besonderheit. Die Lampe lässt sich mit einem weiteren Tasten nicht ausschalten. Die Lampe ist für 15 Sekunden angeschaltet, inklusive einer Abschaltwarnung 8 Sekunden vor Ablauf der Zeit. Durch erneutes Tasten wird nur der Timer neu gestartet. Sollte während der 15 Sekunden der Status Nacht wegfallen, schaltet auch die Lampe direkt aus. Mit dem Taster Stromversorgung Licht 1 bis 3 kann kurzzeitig die Stromversorgung der FROX für die Lichtsteuerung gekappt werden. Diese Funktion eignet sich gut zum Vorführen, wie schnell die FROX nach einem Stromausfall wieder bereit sind. Nahezu direkt. Bisher wurde immer mit Tastern gearbeitet. Ab hier arbeiten wir für Statusmeldung mit Schaltern. Wir sagen hier, solange ein Signal anliegt, ist der Status wahr oder falsch. Mit einem Taster ist dies so nicht möglich. Der Taster würde den Status aktivieren, allerdings prüft unser System im Rhythmus von 4 Minuten, ob der Status immer noch aktiv ist. Da beim Taster nur ein kurzer Impuls ausgelöst wird und kein dauerhaftes Signal, würde das System nach spätestens 10 Minuten den Status deaktivieren. Mit den beiden Schaltern Immer an und Immer aus können die drei Lampen manuell übersteuert werden. Bei Immer an sind die Lampen dauerhaft an und können über die Taster Licht 1, Licht 2, Licht 1 und 2 usw. nicht ausgeschaltet werden. Bei Immer aus sind die Lampen dauerhaft aus. Beim Wegfall der jeweiligen Statusmeldung Immer an oder Immer aus, nimmt das System wieder den zuvor eingestellten Wert an. Die Taste Panik löst ein Blinken der drei Lampen in einem vordefinierten Verhalten aus. Allerdings nicht auf einem Klick, sondern auf einem Langklick bzw. Pegel. Die nächste Taste löst ebenfalls bei einem Langklick den Türöffner aus, für einen vorbestimmten Zeitraum. Dieser kann in der Project App jederzeit abgeändert werden. Der Schalter Frost löst gleich beim Aktivieren mehrere Aktionen aus. Hier wird, wie bei der Nacht, eine Statusmeldung abgesetzt. Solange Frost aktiviert ist, fährt der Rollladen nicht nach unten. Die Besonderheit hier, beim Aktivieren der Statusmeldung fährt die Jalousie hier am Präsenter automatisch für drei Sekunden nach oben. Der Schalter könnte auch Sturm oder Wind heißen. Am konkreten Beispiel, eine Wetterstation oder ein Windwächter sendet ein Signal bei Überschreiten der Windgeschwindigkeit. Sobald das Signal im FrogBlue Mesh-Netzwerk versendet wird, sollen alle Rollläden hochfahren und das Herunterfahren wird gesperrt, solange das Signal anliegt. Im unteren Bereich finden wir eine Taste mit einem Klingel-Symbol. Sobald diese gedrückt wird, löst die Klingel für 0,5 Sekunden aus. Auch hier wird nicht auf den Klick gehört, sondern auf den Flankenbefehl. Flanke stellt auch bei unterschiedlichem Bedienverhalten der Besucher sicher, dass die Klingelsignalisierung immer stattfindet. Manche halten zum Klingeln lange gedrückt, andere drücken kurz. Bei Klick würde der Langdruck nicht erkannt werden, bei Lang entsprechend nicht das kurze Klingeln. Aktivieren wir nun zusätzlich den Status Nacht und Klingeln, blinken nur noch die Lampen 1 und 2 und die Klingel selbst bleibt stumm. Dies kann Sinn machen mit einem kleinen Kind im Haushalt, welches am Schlafen ist und nicht durch die Klingel geweckt werden soll. Das System kann also individuell mittels einer Zeitsteuerung an die Bedürfnisse angepasst werden. Oder ein anderes Anwendungsbeispiel wäre eine gehörlose oder schwerhörige Person, die die Klingel nicht hört. Hier blinken dann in vordefinierten Räumen die Lichter. Im unteren Bereich finden sich zwei Taster zur Bedienung der Jalousie. Eine Taste zum Hoch und eine zum Herunterfahren für jeweils drei Sekunden. Angedeutet wird dies durch die jeweilige LED in Rot bzw. Grün. Das weiße Feld darüber soll ein Fenster symbolisieren mit zwei Magnetkontakten. Der untere Kontakt stellt fest, ob das Fenster geöffnet oder geschlossen ist, der ob das Fenster gekippt ist. So kann beispielsweise die Jalousie nur heruntergefahren werden, wenn der Kontakt, Fenster geschlossen, gedrückt ist. Beispielsweise eine Terrassentür mit Jalousie. Solange die Tür geöffnet ist, kann die Jalousie nicht nach unten fahren. Man sitzt auf der Terrasse und die Jalousie soll bei Sonnenuntergang automatisch nach unten fahren. Der weiße Rahmen auf der linken Seite soll eine Tür symbolisieren. Auch hier wird mit zwei Magnetkontakten gearbeitet. Tür geschlossen oben und Tür verriegelt mittig. So soll beispielsweise bei Nacht und geöffneter Tür, also Tür geschlossen, invertiert, das Licht 3 angehen. Aber nur, wenn beide Statusmeldungen wahr sind. Fällt einer der beiden Statusmeldungen weg, geht das Licht wieder aus bzw. nimmt den vorherigen Zustand an. Alles in allem kann man also mit dem Präsenter sehr viel zeigen. Nicht nur das Schalten und Dimmen von Lampen, sondern auch die logische Verknüpfung, die wir ohne Kabel, ohne zentrale Einheit oder ähnliches nutzen können. Die FrogBlue Home App auf dem Smartphone, Tablet und im FrogDisplay ist die intuitive App zur Steuerung des drahtlosen Smart Home & Building Systems für Android und iOS. Der Nutzer hat die Möglichkeit, in der FrogBlue Home App Szenen jederzeit selbst bequem zu definieren oder anzupassen. Die Home App kommuniziert direkt und ohne Umwege mit den Frogs und schaltet beispielsweise das Licht blitzschnell über Bluetooth. Natürlich auch von der Ferne mit WLAN und via Internet. Immer verschlüsselt und gesichert. Das Setup für die Home App kommt automatisch aus der Project App, mit der der Installateur das FrogBlue System installiert. Sie kennt also gleich die Räume und die Namen der Leuchten oder Türen. So kann Smart Home aussehen, wenn wie bei FrogBlue alles aus einer Hand kommt. Das steht erst mal im Bild, die wir bei FrogBlue sehen. Und das ist eine swimming-olle Türen. Untertitelung des ZDF, 2020